An der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt an. Im Zuge der gemeinsamen Seekriegsführung der Dreierfaktmächte haben japanische Kriegsschiffe mit den im Atlantik operierenden Verbänden der Achsenstreitkräfte Kühlung aufgenommen. Empfang der tapferen japanischen Verbündeten. Der kommandierende Admiral Frankreich, Admiral Schulze und der Befehlshaber der Unterseeboote, Admiral Gönitz, begeben sich mit dem japanischen Marineattaché zur Begrüßung an Bord. Meldung des japanischen Kommandanten beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Reber. Der japanische Untersee-Kreuzer wird zur Fortsetzung seiner Operationen in einem deutschen U-Boot-Bunker wieder klar gemacht. Inzwischen erholen sich die japanischen U-Boot-Männer als Gäste ihrer deutschen Kameraden. Geschenke der japanischen U-Boot-Besatzung. Lustige Sportvorführungen. Sprengänge Spreng Shoulders Das ist zu weit Japanische Kampfspiele Der japanische Unterseekreuzer läuft wieder aus.